Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie man den Ladewirkungsgrad beim Aufladen eines Kondensators über einen Widerstand an einer idealen Spannungsquelle herleitet und berechnet. Ich klicke mal hier kurz auf Start und dann springt man an irgendeine Stelle und dann sieht man, ich mache auch mal mein Kamerabild ein bisschen kleiner, dass da ein Halb rauskam. Ein Faktor von einem Halb, der Wirkungsgrad beträgt immer 50 Prozent, interessanterweise unabhängig davon, wie groß oder klein dieser Widerstand, wie groß oder klein diese Kapazität und auch wie groß oder klein diese Spannungsquelle hier ist und auch dementsprechend, wie schnell oder wie langsam dieser Aufladevorgang stattfindet. Und dann ergaben sich unter diesem Video eine ganze Reihe von Fragen und Kommentaren, nämlich, naja, kann man diesen Wirkungsgrad nicht doch irgendwie verbessern? Ist der für alle Aufladevorgänge immer so? Könnte man nicht diesen Widerstand hier einfach weglassen und dann hätte man auch nicht die Verluste in dem Widerstand? Naja, eine ganze Reihe Fragen und denen möchte ich ein bisschen in dieser Aufgabe nachgehen und zwar durch eine Simulation und dazu und genau passend zu dieser Aufgabe habe ich auch schon mal vor etwas mehr als einem Jahr ein Video gemacht. Ich klicke hier auch mal auf Start und spule mal ein bisschen vor und dann sieht man, das ist jetzt hier die gleiche Schaltung, Spannungsquelle, Widerstand, Kondensator. Ich habe hier mal irgendwelche Zahlenwerte angenommen und dann kommt hier ein Simulationsergebnis raus. Und dieses Simulationsergebnis möchte ich jetzt mal nutzen, um mir verschiedene Varianten dieser Schaltung anzuschauen und dabei so ein bisschen den Wirkungsgrad zu simulieren. So, und die Schaltung habe ich hier schon mal geöffnet im Netzwerksimulator LTSpice. Ja, hier ist die Quelle, hier ist der Widerstand, hier ist die Kapazität. Hier unten ist angegeben, dass wir jetzt transient simulieren und zwar 10 mal 10 Ohm mal 100 Mikrofarad. Das ist nämlich die Zeitkonstante, die sich aus den beiden Sachen hier ergibt. In einer Zeitkonstante ist der Aufladevorgang, naja, so zu 63 Prozent oder sowas abgeschlossen. Ja, wo man 10 von diesen Zeitkonstanten wartet, dann ist das ganz gut vorbei. So, und jetzt klicke ich mal hier oben auf dieses kleine Männchen und dann macht das Run. Und die Simulation startet und ist auch schon fertig und wir diskutieren jetzt hier mal zunächst ein bisschen die Kurven. Also, das Grüne hier, die hellgrüne Kurve, das ist der Strom. Ja, der ist eben am Anfang am größten, fällt dann langsam ab, entsprechend dieser E-Funktion. Die rote Kurve, das ist die Spannung am Kondensator. Ja, der Kondensator war am Anfang ungeladen. Das kriegt man hier in dieser Simulation mit diesem UIC hin. Das heißt nämlich Use Initial Condition, nutze die Anfangsbedingung und die Anfangsbedingung ist eben, der Kondensator ist am Anfang leer. Ja, und aufgrund der Ladungserhaltung kann eben die Spannung am Kondensator nicht springen. Die muss erst mal bei Null bleiben. Trotzdem muss eben irgendwo die Quellspannung hin, die geht auf den Widerstand. Deswegen springt die Spannung am Widerstand erst mal hoch auf die 9 Volt. Dadurch fließt eben auch am Anfang ein relativ großer Strom. Und wenn es einen Strom gibt an dem Kondensator, dann muss auch Ladung gespeichert werden. Dann steigt die Spannung an. Die Kondensatorspannung steigt an. Die Spannung an dem Widerstand fällt ab. Beide Spannungen zusammen ergeben auch immer die Quellspannung. Ja, und also die Spannungskurve von dem Widerstand, die ist einfach hier hinter der grünen Kurve verborgen. Beziehungsweise die habe ich jetzt hier nicht mit geplottet, aber die wäre eben dahinter verborgen. Ja, ich kann die mal noch ganz gern hier einfügen in dieses Diagramm, indem ich nochmal sage Add Trace. Und dann eben den Spannungsunterschied nehme. Also genau die Spannung, die zwischen diesem Knoten und diesem Knoten abfällt. Das ist VUQ minus VUC. So, und dann sieht man, hier ist jetzt eine hellgrüne Kurve dazugekommen, die man aber gar nicht sieht, weil die hinter dieser Kurve verborgen ist. Wenn ich die mal rasch rauslösche, sieht man, okay, da ist die dunkelgrüne Kurve und dann plotte ich mir die wieder dazu als Strom und da ist die hellgrüne wieder da. So, und das ist letztendlich auch der Grund, warum man in dieser Schaltung diesen Widerstand braucht, weil man einen Kondensator nicht an eine ideale Spannungsquelle anschließen kann. Denn in dem Kondensator gilt Ladungserhaltung und Ladung ist proportional zur Spannung. Wenn ich den direkt an eine Spannung anschließen würde, an eine ideale Spannungsquelle, dann müsste der ja sofort voll sein. Dann müsste die Ladung sich sprunghaft ändern. Das geht aber nicht aufgrund der Ladungserhaltung. Es müsste auch ein unendlich großer Strom fließen in diesem Moment. Und das funktioniert eben nicht. Das ist nicht physikalisch. So, wenn man das jetzt real aufbaut, dann hat die Quelle immer einen Innenwiderstand. Die Kälbchen, mit denen man das verbindet, die haben einen Innenwiderstand. Und das heißt, dieser Widerstand ist prinzipiell in der Schaltung immer da. Egal, ob man den jetzt haben will oder nicht. Jetzt könnte man geflissentlich diskutieren, was hier passiert, wenn ich das Ganze Supraleiten aufbaue. Na ja, dann hätte ich zumindest in diesem Kreis wohl immer noch ein bisschen Anschluss, Induktivität. Und ob und wie eine Induktivität hilft in diesem Fall. Das können wir auch in diesem Video ganz gern diskutieren. Also, wenn dieser Widerstand da ist und der ist praktisch immer da, egal, ob ich den jetzt explizit als Widerstand reinbaue oder nicht, ist eben der Wirkungsgrad 50%. So, und das kommt ja auch aus der Simulation raus. Und dafür habe ich hier oben jetzt mal Leistung geplottet. Und zwar steht hier mal sowas wie U mal I. U heißt hier im amerikanischen Programm V. U mal I, U mal I. Und zwar hier hinten haben wir, wenn wir mal anfangen, die Spannung über der Quelle, die Quellspannung, mal den Strom. Gibt ja nur den einen Strom in der Masche. Das ist die Leistung dann, die aus der Quelle rauskommt. Und die ist negativ hier, weil eben Leistung aus der Quelle raus wird, negativ gezählt. Und die ist eben am Anfang betragsmäßig am größten, weil da eben der Strom am größten ist. Und dann fällt die genauso wie der Strom hier abfällt, fällt die betragsmäßig ab. Okay, dann haben wir hier die Spannung über den Kondensator. Die pinke Kurve oder lilane Kurve, das ist, oder violett, das ist die Leistung am Kondensator. Und dann sieht man, okay, am Anfang haben wir zwar maximalen Strom, aber die Spannung ist null. Deswegen muss die Leistung auch null sein. Ja, und dann steigt die Spannung an. Der Strom fällt ein bisschen ab, aber die Leistung steigt auf jeden Fall an. Irgendwo hier hat die Leistung dann ein Maximum. Praktisch da, wo sich diese beiden Kurven hier schneiden, würde ich sagen. Ja, und dann fällt eben die Leistung wieder ab und geht gegen null, weil der Strom ja gegen null geht. So, und dann gibt es noch die Leistung, die am Widerstand umgesetzt wird in Wärme. Und die ist eben am Anfang am größten, weil Spannung und Strom durch den Widerstand am größten sind. Und die nimmt dann einfach ab. Und jetzt hat dieses LTSpice-Programm hier auch ein nettes Feature. Man kann nämlich hier oben draufgehen, die Steuerungstaste auf der Tastatur gedrückt halten und hier draufklicken. Und dann sieht man hier ein Integral über diesen Zeitverlauf. Und dann sieht man, das sind 8,1 Millijoule ungefähr, die hier aus der Quelle rauskamen insgesamt. Wenn ich mal mir die Leistung über dem oder am Kondensator integriere, sind das 4,05 Millijoule, die in den Kondensator reingingen. Und das sind genauso 4,05 Millijoule, die in den Widerstand umgesetzt werden. So, und jetzt muss natürlich diese Energie plus diese Energie genauso groß sein wie diese Energie betragsmäßig. Und wenn ich diese Energie am Kondensator nehme und durch die von der Quelle bereitgestellte Energie teile, dann kommt der Wirkungsgrad raus. Und dann kann man sich schon hier ganz gut vorstellen. 4,05 durch 8,1 betragsmäßig sind eben 50 Prozent. So, jetzt kann man in dem Beispiel hier, und dafür mache ich mal kurz ein Zeichenprogramm auf, kann man sich jetzt hier noch mal kurz die Werte vergegenwärtigen. Also wenn ich mal die Energie ausrechne am Kondensator, ja, dann war ja die Formel 1,5 C mal U². Die Spannung hier sind 9 Volt und wir haben 100 Mikrofahrt, also 1,5 mal 100 Mikro. Das sind mal 10 hoch minus 6. Und dann haben wir eben hier die 9 Volt zum Quadrat. Es sind jetzt keine wahnsinnig schlau gewählten Zahlenwerte, aber ich will nur zeigen, dass das mit der Simulation übereinstimmt. Ja, 9 mal 9 sind 81. Von 81 brauchen wir dann die Hälfte. Und ja, 100 mal 10 hoch minus 6, das sind 10 hoch minus 2, das sind 10 hoch minus 4. Das sind sozusagen 0,1 Milli. So, also kann ich hier ein Komma an die Stelle setzen und kann da Milli hinterschreiben. Hier fehlen noch die Farad und Farad sind Ampere Sekunden pro Volt. Dann kürze ich ein Volt Quadrat weg und Ampere mal Volt ergibt Watt und Watt Sekunden ergeben Joule. So, dass hier eben 8,1 halbe Millijoule rauskommen. Ja, und das sind eben 4,05 Millijoule. Und das sind auch ziemlich genau die 4,05 Millijoule, die uns das Programm ja ausgerechnet hat. Und insgesamt eben 8,1 Millijoule, die die Quelle rausgegeben hat. Ja, und der Rest ist eben einfach numerische Ungenauigkeit von diesem Programm. Also ich kann mal nochmal jetzt hier in das Zeichenprogramm aufschreiben. Also mit dem Widerstand kriegen wir einen Wirkungsgrad hin, Eta von 4,05 Millijoule durch 8,1 Millijoule. Die Millijoule lasse ich gleich mal weg und das sind eben 50%. Okay, das ist das, was für den Widerstand passiert. Jetzt wäre so eine Idee, die man eben nutzen könnte, naja, wir nehmen einfach keine Spannungsquelle, weil die ist ja das Problem jetzt, dass am Anfang Konstantspannung, die Spannung hier muss langsam ansteigen. Hier habe ich aber gleich die volle Spannung, also muss der Widerstand irgendwie Spannung verbrutzeln. Wenn ich jetzt aus der Spannungsquelle eine Stromquelle mache, dann kann sich die Stromquelle, die liefert einen festen Strom, dann kann sich die Stromquelle sozusagen auf jede Spannung einstellen. Der Strom muss zwar trotzdem durch den Widerstand durch, wenn ich den jetzt erstmal lasse, aber mit einer konstanten Stromquelle kann ich jetzt auch problemlos diesen Kondensator aufladen. Und jetzt kann man sich eben hier zum Beispiel auch überlegen, was habe ich hier so für einen mittleren Strom. Im Mittel sind das 90 Milliampere, die hier fließen. Also wenn ich jetzt mal aus der Spannungsquelle eine Stromquelle mache und die Stromquelle auf 90 Milliampere stelle und genau die gleiche Zeit wie vorher simuliere, dann sollte ich auch am Ende genau auf die gleichen 9 Volt kommen für die Spannung am Kondensator. Also probieren wir das mal aus. Die Quelle hier rausgebaut. Dann finde ich unter Component und unter Current eine Stromquelle. Die muss jetzt natürlich noch in die andere Richtung zeigen. Die kann man mit STRG R drehen. Das steht hier unten in dieser Ecke. Wenn ich da nochmal drauf klicke oder wenn ich nochmal eine Stromquelle einfüge, dann steht da unten irgendwo STRG R, CTRL R to Rotate. So, also haben wir eine Stromquelle und der geben wir jetzt diesen Wert 0,09 Ampere. 90 Milliampere, das was da vorher als durchschnittlicher Strom stand. So, und wenn ich jetzt simuliere, dann sieht man, ha, jetzt passiert was anderes. Jetzt steigt die Spannung, auch ein bisschen logisch, dass das so ist. Jetzt steigt eben die Spannung an dem Kondensator linier an. Und zwar am Ende auch auf, kann man hier vorne schauen, auf 9 Volt. Oder ich kann hier auch mal so einen Marker drauflegen. Das Messfensterchen hier landet irgendwo auf der anderen Seite. Also wenn ich das mal ganz nach oben ziehe, dann sieht man, dass da 9 Volt. Also wir haben nach 10 Millisekunden jetzt trotzdem den Kondensator auf 9 Volt aufgeladen. Es fällt aber viel, also die Quelle muss, wo ist unsere Quelle? Hier sieht man die Quelle, ja, die Quelle muss, also die muss eben ein bisschen mehr Spannung bereitstellen, weil wir immer noch den Spannungsabfall über den Widerstand überbrücken müssen. Ja, und der Spannungsabfall über den Widerstand ist aber ziemlich klein. Das sind einfach nur 1 Volt, die sich eben aus diesen 90 Milliampere, die hier fließen, mal die 10 Ohm ergeben. 90 Milliampere, also 0,9 Volt, die hier abfallen. So, und jetzt kann man gucken, also die Leistungskurve hier oben wurde jetzt gelöscht, weil ich die Quelle gelöscht habe. Aber wir können erst mal schauen, wie viel Energie in dem Kondensator gespeichert ist. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn da die gleiche Spannung drin ist, dann muss das auch die gleiche Energie sein. Also schauen wir mal. Ah ja, gleiche Energie, 4,05 Millijoule. An denen hat sich nichts geändert. Das ist schon mal super Sache. Ja, und wir können mal gucken an den Widerstand. Da ist jetzt viel, viel, viel weniger umgesetzt worden. Nämlich nur 0,8 Millijoule. So, und wenn ich jetzt hier oben in dieses Feld mal nochmal Add Trace mache und mir die Spannung an der Quelle mal den Strom anschaue. Da nehme ich jetzt einfach I von I. So, dann sollte da jetzt auch eine, ja, also so in der Notation kommt jetzt auch eine positive Leistung bei raus. Also die ist jetzt trotzdem Leistung, die aus der Quelle rauskommt. Und die kann ich ja auch über die Zeit integrieren. Moment, das ist jetzt hier hinten nur die graue. Ja, also 4,86 Millijoule haben wir jetzt aufgewandt. Und trotzdem haben wir 4,05 Millijoule rausbekommen. Und die restlichen hier, die 0,8, das sind eben die, die natürlich wieder hier in dem Widerstand umgesetzt wurden. So, und jetzt kann man sich in dem Beispiel denken, naja gut, warum muss denn der Widerstand jetzt so groß sein? Den kann ich ja jetzt hier auch problemlos kleiner machen, ja. Oder, also ich mache den mal kleiner, ich mache den mal um Faktor 10 kleiner, simuliere nochmal. So, dann sieht man, jetzt sind diese beiden Kurven hier für die Quellspannung und für die Spannung über dem Kondensator schon sehr ähnlich. Die Spannung über den Widerstand wird kleiner, die Verluste in dem Widerstand werden kleiner. Das sind jetzt noch 81 Mikrojoule und die Quelle muss noch weniger Leistung zur Verfügung stellen und ich kriege trotzdem am Ende genau die gleiche Leistung in den Kondensator rein wie vorher. Und das kann ich jetzt natürlich weiter treiben und ich könnte jetzt, ja, diesen Widerstand hier praktisch beliebig klein machen. Und die Schaltung würde immer noch genauso funktionieren wie vorher. Ich kriege immer noch 4,05 Millijoule in meinen Kondensator rein und ich muss nur 4,05 Millijoule aufwenden. Also, wenn ich das jetzt mache mit einer Stromquelle und dann ohne R, dann kriege ich einen Wirkungsgrad hin, der praktisch 100% ist. Also, in der Theorie ist der jetzt 100%, wenn ich einen Widerstand, den kann ich auch auf 0 setzen, denn wäre der 100% in der Praxis, wird der jetzt dadurch begrenzt. Was hat meine Quelle hier trotzdem für einen Widerstand, für einen Innenwiderstand? Was haben meine Anschlussleitungen für einen Widerstand? Aber da komme ich dann schon ziemlich dicht dran an die 100% und vor allem, selbst wenn ich jetzt einen großen Widerstand hätte, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann mache ich meine Quelle einfach ein bisschen kleiner, noch kleiner. Und dann macht das ja weniger Spannung über den Widerstand und dann macht das auch weniger Verluste in dem Widerstand. Oder die Verluste in dem Widerstand sind ja I² mal R, wenn ich den Strom halbiere, habe ich ein Viertel der Verluste in dem Widerstand. Und dann dauert das einfach länger. Also, in der Schaltung kann ich jetzt über den Strom wählen, ich will schnell laden, dann habe ich große Verluste oder ich will langsam laden, dann habe ich weniger Verluste in was auch immer mir hier als Widerstand verbleibt. Aber ich komme praktisch dicht dran oder fast beliebig dicht dran an die 100% Wirkungsgrad. Okay, dann wäre noch so eine Idee, die in den Videos vorgeschlagen wurde und dafür muss ich jetzt die Stromquelle wieder wegbasteln und wieder eine Spannungsquelle hinbauen. Die fand man hier bei Voltage und baue die wieder so rein. Und ich stelle die mal wieder auf 9 Volt, die gleichen 9 Volt, die wir vorher hatten und nehme jetzt diesen Widerstand weg. Ersetzt mal den Widerstand durch einen Kurzschluss, dann sollte jetzt aber das Programm irgendwie rummeckern und sagen, das geht nicht oder da kommt zumindest jetzt irgendwie nichts Sinnvolles bei raus. Ja, also jetzt ist die, ich weiß nicht, was der hier rechnet, wenn ich mir jetzt den Strom angucke. Ja, also da sieht man, der rechnet jetzt schon was, aber dann ist der Strom, hier sind mal so ganz kurzzeitig irgendwelche Megawatt im Spiel, so ganz physikalisch kann das nicht sein, weil die Spannung jetzt eben springt. Das ist genau der Punkt. So, jetzt kann man sich aber überlegen, wenn ich hier an die Stelle, hier oben, keinen Widerstand hinbaue, der einfach die Energie in Wärme umsetzt und verbutzelt die überschüssige Energie, die ich brauche, oder die Spannung, die überschüssige Spannung, die ich brauche zwischen der Quelle und dem Kondensator. Oder wenn ich jetzt diese überschüssige Spannung nicht in Wärme umsetze, sondern zwischenspeichere, zum Beispiel mit einer Induktivität, dann könnte ich die ja sicherlich da in die Induktivität reinladen am Anfang und auch wieder rausladen und damit meinen Kondensator ebenso aufladen. Und das probieren wir mal. Also dafür nehme ich jetzt mal irgendeinen Wert, 1 Milli, Henry zum Beispiel, und setze mal diesen Serienwiderstand, der ist standardmäßig auf 0 umgesetzt, auf 1 Milli umgesetzt, den setze ich mal auf 0. So, und jetzt simuliere ich und jetzt sind mir leider hier so ein bisschen die Kurvenverläufe bisher verloren gegangen. So, und dann sieht man erst mal, was hier passiert. Also hier den Strom nehme ich mal hier weg und plotte mal hier unten wieder die Spannung. Also wir gucken mal, die Quellspannung, die bleibt immer noch konstant, ist ja eine konstante Spannung. Die Spannung über dem Kondensator, die macht jetzt abgefahrene Sachen, also die geht nämlich hoch und wieder runter und hoch und wieder runter und so, weil das, was wir jetzt hier gebaut haben, kann man kurz drüber nachdenken, ist jetzt ein Schwingkreis. Also der schwingt jetzt munter vor sich hin. Und jetzt kann ich mir wieder genauso noch in dem Plotbildchen den Spannungsunterschied das minus das anschauen, die Spannung über der Spule. Ja, und dann sieht man, die schwingt eben auch natürlich. Muss ja so sein, weil diese Spannung hier, die Spannung an der Stelle und die Spannung an der Stelle, die müssen eben so gegensätzlich schwingen, damit die zusammen immer diese konstante Quellspannung ergeben. So, das sind jetzt erstmal Spannungen und ich kann auch natürlich nochmal genauso den Strom plotten. Der macht dann noch ein bisschen eine andere Sache, aber der steigt eben auch. Also müssen wir mal gucken, ja, der Strom, der hat hier seine Nullachse, also der Strom, wenn ich das schließe, am Anfang war der Strom Null, dann kann der aufgrund der Induktivität nicht springen. Der muss auch erstmal langsam hochgehen und schwingt dann eben genauso. So, und diese Schwingung, die sich jetzt hier ergibt, interessanterweise passen jetzt, so wie ich meine Werte hier gewählt habe, passen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 5 volle Schwingungen hier drauf, was glaube ich Zufall ist mit den Zahlenwerten, die sich hier ergeben. Also wir können für den Fall mit UQ und L, ja, also das hier oben war auch mit UQ, können wir jetzt mal ausrechnen, erstmal die Resonanzkreisfrequenz, die sich hier ergibt und das ist 1 durch Wurzel L mal C. Und wenn man das mal macht und ausrechnet mit den Zahlenwerten, die wir jetzt so haben hier, ja, dann sind das 1 durch die, das eine Millihenry, Henry sind Voltsekunden pro Ampere und dann haben wir noch 100 Mikrofarad und Farad sind Ampersekunden pro Volt. Ja, und dann kürzen sich eben Volt gegen Volt, Ampere gegen Ampere und es bleibt Sekunden zum Quadrat über. Die Wurzel davon macht eben 1 durch Sekunde. So, und jetzt kann man noch rechnen, Millis sind 10 hoch minus 3 mal 100 sind 10 hoch minus 1 mal 10 hoch minus 6 macht 10 hoch minus 7. Und von 10 hoch minus 7 kann man jetzt zumindest nicht so ohne weiteres die Wurzel ziehen, deswegen suche ich mir mal mein Octave-Fensterchen, also kann man schon, aber kann man jetzt natürlich auch einfach mal, weil daraus jetzt gleich noch ein bisschen was ausrechnen wollen, nämlich Frequenz und Kreisfrequenz und so, da ist das Octave-Fenster. So, also L, L waren 1 Milli, C waren 100 Mikro und Omega ist dann 1 durch die Wurzel von L mal C. So, und da kommen 3162 Radiant, wenn man so will, pro Sekunde raus. Die schreibe ich mal hier hin, 3162,3 und jetzt kann man daraus eben eine normale Frequenz ausrechnen, die ergibt sich aus Omega durch 2 Pi und die schreibe ich auch noch hin und dann kann man daraus eine Periodendauer ausrechnen, die ist einfach 1 durch F. Also, F ist Omega durch 2 durch Pi, das sind 503,3 und das sind jetzt Hertz, obwohl Hertz natürlich das gleiche ist wie 1 durch Sekunde und dann können wir daraus noch eine Periodendauer ausrechnen, T ist 1 durch F und das sind 1,89, 1,987 Millisekunden. Das ist die Periodendauer der Schwingung, die sich jetzt ergibt hier für diesen Reihenschwingkreis. Und, tja, jetzt können wir uns überlegen, also wir wollen ja den Kondensator aufladen und die Spannung am Kondensator, das ist die rote Kurve, die können wir jetzt natürlich, hier 9 Volt, das ist die Spannung, die wir mal vorher hatten, wenn wir das jetzt genau hier anhalten, diesen Vorgang, dann haben wir 9 Volt auf dem Kondensator und dann ist der Strom, das war die Kurve hier, der ist dann zwar gerade noch maximal, also die Induktivität will jetzt eigentlich irgendwie diesen Strom noch weiter treiben, deswegen könnten wir da jetzt in dem Moment keinen Schalter öffnen, ja, also da müssen wir uns überlegen, muss der Strom von der Induktivität irgendwo hin, weil die Spannung an der Induktivität ändert sich ja gerade noch. Und die Spannung an dem Kondensator steigt irgendwie auch noch an, also vielleicht wäre es schlau, hier hinten das aufzumachen, ja, hier sozusagen den Aufladevorgang abzubrechen, dann ist zwar die doppelte Spannung auf dem Kondensator drauf, aber dann wäre der Strom wieder null, dann könnte man tatsächlich in so einer Masche wieder problemlos so einen Schalter aufmachen. So, und das wäre, jetzt kann man schauen, das wäre eben genau eine halbe Periodendauer. Also wenn ich jetzt mal wieder in dem Oktalfensterchen hier sage T halbe, das wäre eine halbe Periodendauer und jetzt nehme ich diesen Wert und kopiere den mal und füge den hier ein. Also ich simuliere nur eine halbe Periodendauer lang und klicke mal auf OK, ja, dann sieht man, OK, Strom fängt bei null an, geht hoch, geht wieder runter, Spannung über dem Kondensator steigt an und zwar auf die doppelte Quellspannung, nämlich 18 Volt. Und Quellspannung bleibt konstant, die grüne Kurve und die Spannung über der Induktivität, die macht eben genau das Umgekehrte. Also sie springt am Anfang auf 9 Volt und geht dann eben auf minus 9 Volt runter. So, und jetzt kann man sich hier oben noch die Leistung mal anschauen. Also hier haben wir die Leistung, die im Kondensator umgesetzt wird. Da sieht man, OK, am Anfang keine Spannung, wenig Strom, wenig Leistung, aber dann steigt die an, dann steigt die ziemlich heftig an, dann gibt es hinten irgendwo so ein Maximum und dann geht die Leistung wieder auf null runter, weil der Kondensator, weil die Spannung sich ja nicht mehr ändert. Ja, so, und das ist eben die Spannung mal Strom am Kondensator. Jetzt nehme ich noch als Add Trace dazu, oder ich muss, glaube ich, mal vorexplizit draufklicken, Add Trace, jetzt nehmen wir die Spannung an der Quelle mal den Strom von der Quelle. Das ist die Leistung, die unsere Quelle uns bereitstellt. Die ist jetzt wieder negativ, weil in der Spannungsquelle der Strom eigentlich in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Also müssen wir am Ende einfach das Vorzeichen wieder uns wegdenken. Ja, und da sieht man, OK, also am Anfang wenig Leistung, dann wird das hier zur Mitte dieses Vorgangs schon mehr und dann wird das wieder weniger. Und wir können noch schlussendlich auch die Spannung minus diese Spannung, das ist die Spannung, die über der Induktivität abfällt und das mal den Strom durch die Induktivität rechnen. Und dann sieht man, also an der Induktivität haben wir am Anfang positive Leistung. Die nimmt Leistung auf und hier wird die Leistung dann wieder null und dann ist die Leistung negativ, dann gibt die Induktivität auch Leistung ab. Also genau das, was wir wollten, die nimmt am Anfang die überschüssige Spannung sozusagen auf, speichert aufgrund des Stromes der Fließenergie in ihr Magnetfeld, aber ohne Verluste, nicht wie bei dem Widerstand, wird nicht in Wärme umgesetzt, sondern wird gespeichert. Und dann in der zweiten Hälfte unseres Aufladevorgangs gibt die Spule diese gespeicherte Energie wieder ab. Und deswegen kriegen wir am Ende ja auch doppelt so viel raus oder zumindest doppelt so viel Spannung raus, viermal so viel Energie, wenn man so will, weil dann da das Doppelte da einmal von hier nach dort kommt. So und das können wir jetzt nochmal kurz hier plotten, also oder uns zahlenwertmäßig anschauen. Also jetzt haben wir in dem Kondensator drin gespeichert 16,2 Millijoule. Das passt auch perfekt, weil das ist einfach das Vierfache von dem, was wir hier vorher hatten. Also doppelte Spannung macht vierfache Energie. Kommen wir auf 16 Millijoule. Und das, was die Quelle uns bereitgestellt hat, sind 16,2 Millijoule. Und das, was die Induktivität netto gemacht hat, ist praktisch gar nichts. Das sind irgendwelche Mikrojoule. Also die hat Energie aufgenommen und dann hat sie Energie wieder bereitgestellt. Und deshalb über diesen ganzen Vorgang ist das praktisch null, hat sich das ausgeglichen. So, dass wir auch hier jetzt hinschreiben können. Also in dem Fall kommt raus, Eta sind 100%, nahezu 100%. Also im Idealfall sind das jetzt 100% in der Praxis. Natürlich ist die Spule aus einem Draht gewickelt. Der Draht hat dann wieder Ohmschiffverluste. Aber man kriegt das schon deutlich, deutlich verlustärmer hin, als wenn ich das über einen Widerstand auflade. So, und die letzte Möglichkeit, die sich noch ergibt, ist, ich kann das jetzt auch machen mit einer ansteigenden Spannung. Weil, was haben wir gesagt, das Problem ist ja, wenn ich diese Spannung gleich auf den vollen Wert setze, dann kann die Spannung am Kondensator nicht springen. Die überschüssige Spannung muss von einem Widerstand aufgenommen werden. Und das macht eben Verluste. Wenn ich jetzt die Spannung, ich mache jetzt mal wieder die Induktivität weg und baue einen Widerstand hin. Und den Widerstand setze ich mal wieder auf 10 Ohm wie vorher. Wenn ich jetzt die Quelle, ich kann ja erst mal simulieren, jetzt ist unsere Zeit hier so ein bisschen kurz. Jetzt müssen wir das mal wieder auf diese 10 mal 10 mal 100 Mikro setzen. Und wieder simulieren. Okay, dann sieht man wieder den E-Funktionsverlauf und sozusagen die Verläufe, die wir vorher schon mal hatten. Und wenn ich jetzt dieser Quelle aber nicht sage, du bist eine Konstant-Spannungsquelle mit 9 Volt, sondern du machst hier, bitteschön, du fängst bei 0 an und gehst auf 9 Volt hoch. Ja, und also das hier unten sind ja 10 mal 100 sind 1000 Mikro. Das ist eine Milli und 10 Millisekunden simuliere ich jetzt. Wenn ich jetzt als Anstiegszeit 9 Millisekunden zum Beispiel einstelle, also in 9 Millisekunden steigt die Spannung der Quelle auf 9 Volt an, immer 1 Volt pro Millisekunde und simuliere mal damit. Dann muss ich, glaube ich, hier noch ein T-Fall, ich muss zumindest, glaube ich, noch ein T-On einstellen. Ich stelle mal an, dass die einfach eine Sekunde an sein soll. So, und dann sieht man, vielleicht muss ich das mal, vielleicht muss ich noch ein ganz bisschen länger jetzt simulieren. Ich mache mal 11 daraus oder 12 oder sowas. So, also dann sieht man das ganz gut. Die Quellspannung, das ist die hellgrüne Kurve, die steigt jetzt an. So, und damit steigt die Spannung an dem Kondensator auch langsam an. Das ist die rote Kurve und hier hinten steigt die nicht mehr an, die Quellspannung und trotzdem macht der Kondensator dann noch sozusagen sein letztes Aufladen, ja. Und die blaue Kurve hier ist die Spannung über den Widerstand, die praktisch gleichzeitig der Strom ist. Und der steigt die Mappen an, dann bleibt der Strom konstant und dann geht der Strom auch wieder runter. Und jetzt kann man hier eben schauen, das ist die Energie, die in meinem Kondensator gespeichert wird. Das ist die Energie, die meine Quelle bereitstellt. Am Ende sollte ich in dem Kondensator natürlich wieder bei 9 Volt meine 4,05 Millijoule haben. Die habe ich jetzt hier noch nicht so ganz, müsste ich vielleicht noch ein ganz bisschen weiter simulieren, weil der Strom ja noch nicht ganz auf 0 ist. Ich gehe mal einfach auf 20. Dann sollte das auf jeden Fall der Rest dort abgeklungen sein. Ja, jetzt sieht man schön, wie das linear ansteigt und dann am Ende trotzdem, sagen wir mal, diese E-Funktion macht. Also da sind meine 4,05 Millijoule gespeichert. Und die Quelle hat aber nur 4,8 Millijoule zur Verfügung stellen müssen. Also Wirkungsgrad werden jetzt, weiß ich nicht, 80 bis 90 Prozent, irgendwie sowas in dem Dreh. Und jetzt kann ich natürlich ja auch wieder so Trick 17 machen, wenn ich jetzt den Widerstand kleiner mache. Also von 10 auf 1 Ohm gehe, wird der Unterschied zwischen diesen beiden Kurven kleiner. Ich kriege am Ende trotzdem die gleiche Energie in dem Kondensator. Das sind jetzt hier so kleine numerische Ungenauigkeiten. Und meine Quelle muss aber deutlich weniger Energie bereitstellen. Und jetzt könnte ich hier in dem Fall praktisch auch wieder auf einen sehr kleinen Widerstand gehen, ohne dass mir diese Schaltung hier um die Ohren fliegt. Also am Ende fliegt sie mir dann doch ein bisschen um die Ohren, weil das hier dann auf einmal sehr kurz lädt. Aber geht im Prinzip schon. Und ich habe 4,05 Millijoule auf dem Kondensator. Und meine Quelle hat nur 4,05 Millijoule bereitgestellt. Also auch damit kriege ich einen Wirkungsgrad hin, der nahezu 100 Prozent ist. Je nachdem, wie verlustarm ich jetzt wirklich diese Strecke hier hinbekomme, diesen Stromkreis hinbekomme. Oder ich müsste die Spannung einfach wieder langsamer ansteigen lassen. Ja, ich habe jetzt ja hier relativ 1 Volt pro Millisekunde ist ja ziemlich viel. Es wäre ein Kilovolt pro Sekunde, wenn man das jetzt so umrechnet als Anstieg. Wenn ich jetzt langsam ansteigen lasse, dann habe ich natürlich auch bei einem größeren Widerstand, genau wie bei der Lösung mit der Stromquelle vorhin, die wir hier diskutiert haben, auch wieder weniger Verluste. Also zusammengefasst, dieser Ladewirkungsgrad, der ist nur dann 50 Prozent, wenn ich das an einer festen Spannungsquelle über den Widerstand auflade. Man kann sich eine ganze Reihe anderer Sachen ausdenken. Stromquelle, feste Spannungsquelle und eine Induktivität, ansteigende Spannungsquelle und Widerstand. Und in all diesen Varianten kriegt man deutlich, deutlich bessere Ladewirkungsgrade hin. Wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so wäre.